So, willkommen auf Rappersupply. Mein Name ist Sonic und ich bin hier mit dem guten Zuteck und wir spielen Minecraft. In der letzten Folge, schau dich dir am besten nicht an, wir haben ein bisschen auf den Sack gekriegt, aber ja. Wir hatten aber auch echt einen beschissenen Start, also das Game hätte es uns nicht schwieriger machen können für den Anfang. Das stimmt. Aber dafür haben wir uns ganz wacker geschlagen und jetzt legen wir los, würde ich sagen. Ja, gut. Angriff. Angriff? Willst du raus? Nee, nee. Pass auf. So, gib mir mal ein bisschen Holz. Du hast doch bestimmt noch was. Fichtenholzbretter habe ich. Oder Eichenholz. Was willst du haben? Eigentlich egal. Oder ich erkläre dir einfach mal, wie man es macht. Du weißt ja vieles noch nicht. Oh, danke. So, pass auf. Du gehst auf dein Handwerk mit dem 2x2 Feld. Ja. Und hast du noch ein paar Planken? Oder hast du nur... Nee, ich habe nur noch Eichenholz. Also eins. Okay, pass auf. Dann mach dir noch mal ein paar Planken. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das ging? Äh, ja. Achso. Ja, ja, ja. Ich habe Eichenholzbretter. So, dann mach dir mal mindestens... Ich habe vier. Genau. Vier Planken reicht erstmal aus. Und die platzierst du genau in diesen vier Feldern. Äh, äh. Kleiner. Aber der macht immer... Bitte? Der macht immer zwei. Achso, ja. Mit rechter Maustasse geht's. Ah, okay. Ja, und jetzt habe ich eine Werkbank. Genau. Nice. Die nimmst du dir mal und baust du dir einfach mal hin. Irgendwo an den Rand, wo sie uns nicht so im Weg steht. Geil. Sehr gut. Ah, ich bin in dir drin. Es ist eklig aus in dir. Äh, äh, äh. So, pass auf. Ähm. So, hast du Pflastersteine? Äh, da zieht Pflasterstein. Ja, das ist doch schon mal ein... Das klingt sehr vielversprechend. Gut. Wie viele hast du denn? 15. 15 reicht locker aus. Pass auf. Äh, geh mal zur hübschen Werkbank hier, die du gerade gebaut hast. Ja. Und platziere acht von denen in einem äußeren Ring, dass quasi alle Felder bis auf die Mitte mit diesen Steinen vollgepackt sind. Wie gesagt, es gibt so ein paar Tricks. Mit, äh, Rechtsklick ziehst du automatisch über die Felder. Ja, habe ich gemacht. So, mit Linksklick, ähm, teilt der automatisch alles gleichmäßig auf, auf die Felder über die du rüber ziehst. Ah, okay. Gut. Ich habe jetzt, äh, einen Ofen. Ja, geilo. Her damit. Willst du ihn haben? Ja. Oder baue ihn einfach mal hier hin. Ich baue ihn da hin. Moment. Ich will ihn hinbauen. Geil! Der sieht ja richtig, äh, geil aus. Richtig ofig, ne? Ja, übelst ofig. So, du hast bestimmt noch den Tintenfisch. Äh, den Tintenfisch. Ich habe, äh, Tintenbeutel habe ich nur. Hast du keinen, keinen rohen Kalamares mehr? Die habe ich gegessen. Ach so. Ich habe übrigens bald wieder Hunger. Ja, okay. Ähm, dann werden wir gleich nochmal auf die Jagd gehen. Ja. Und, äh, diesmal werden wir den nicht roh essen, sondern... Sondern im Ofen machen. Und dann kriegen wir mehr Sättigung. Dann gibt es nochmal etwas mehr. Das ist... Geil, das klingt sehr vielversprechend. So, und die Kohle werden, die Kohle werden wir, ja, sehr geil, Kohle werden wir, äh, gebrauchen, um das mal ein bisschen anzufeuern. Äh, gehen die Fackeln gerade aus? Jetzt, wo es Tag wird, werden die wieder, äh, dunkler, ja. Ach so, okay. So, den kann ich auch mal abbauen, den Grabstein. Ja. Obwohl, dann sehen wir immer, wo wir sind. Das erinnert mich immer so an meinen eigenen Tod, dass das Leben vergänglich ist. So, Tintenfische, oh, die sind alle ziemlich weit unten, leider. Aber ich glaube, man kann auch diese Fische jagen. Also, wenn du so einen Fisch vor dir hast, haut er mal drauf. Okay. Jawoll, ich habe einen hohen Fisch. Wie viele Sättigungsbalken hast du noch? Äh, zwei. Okay, dann wirst du gleich dringend mal was essen müssen. Ich bin ja wieder einigermaßen aufgeladen, seitdem ich gestorben bin. Ja, ja, du hattest ja das Glück gehabt zu sterben. Vom Angler getötet. Keine Ahnung, was das war. Entweder war das der Hai oder so ein komischer anderer Fisch, der da noch rumschwamm. Da waren einige. Äh, ist das hier Wasser, was aus dem Berg fließt? Was ist das hier? Das ist Wasser, genau. Und ich sehe hier einen Creeper neben unserer Butze. Das kommt auf mich zu. Ach so, hier kann man sogar rein. Also, das soll ein Wasserfall sein. Hallo, Herr Nachbar. Was ist das? Ich will den töten. Nein, ich, ich. Ah! Du weißt, wie man einen Creeper tötet? Ja, erschlagen und wenn der zischt, weglaufen. Genau. Jetzt, jetzt, jetzt. Uh! Alter! Kranker Scheiß. Oh. Äh, dieses Wasser, was da aus dem Felsen läuft, kann man das abbauen? Ja, wenn du ein... Also, du kannst es entweder vernichten, indem du da, wo das Wasser rauskommt, einen soliden Block reinsetzt. Ja. Dann ist die Wasserquelle versiegt und kommt auch nicht wieder. Oder du kannst es auch einsammeln, das kannst du aber auch überall machen, zum Beispiel hier, ähm, in diesem See, oder in dem Meer, was wir hier drüben haben, mit einem Eimer, mit einem Eiseneimer. Kannst du das einsammeln und irgendwo anders wieder hinpflanzen. So, ich brate dir mal einen Fisch. Ach, das ist ein Clownfisch, den kann man gar nicht. Du bist ein Clownfisch? Doch, 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 Oh, oh, ich ertrinke. Ich bin tot. Was? Ich bin gestorben, aber ich bin verhungert. Du bist verhungert. Ja, ich, ähm, wollte gerade einen Fisch braten. Oh nein! Äh, in welche Richtung muss ich? Warte mal, da ist ein Hai oder so. Ich muss mal warten, bis die Textungen wieder aufploppen. Alter, was für Riesenwale! Okay. Also, Clownfische kann man hier nicht, ähm... Essen. Essen schon, aber nicht im Ofen braten. Okay, ich bin mal, ich sehe ja meinen Grabstein... Genau. Äh, dann komme ich mal hin. Also, es steht 1-1, lieber Akku. Aua! Nee, ist noch ein Grabstein. Wollen wir dann... Was, wie, wo? Hier steht ein Grabstein, Gravestone. Wo? Wo? Wo bist du? Hier, da, wo ich gespawnt bin. Wieso ist das ein Grabstein? Wird da schon mal gestorben? Äh, ich... Also, ich nicht. Also, ich bin jetzt gerade... Vielleicht ist das von, ähm, von Mosch. An dieser Grüße übrigens, äh, Grüße an Mosch. Das ist der nette Typ, der uns den Server zur Verfügung stellt. Ach ja, genau, genau. Er wird uns auch hin und wieder nochmal, ähm... Er wird mal vorbeischauen. Ein bisschen helfen, ein bisschen mitspielen. Heute hat er leider keine Zeit. Aber den werdet ihr auch noch kennenlernen. So, ich hab hier Fische. Das dauert ja ewig, bis ich da drüben bin. Ich hoffe mit... Ey, das ist ein Rochen, Alter. Wie cool ist das denn? Aber nicht, dass das ein Stachelrochen ist. Nicht, dass du Crocodile Dundee bist. Nein, das war Steve Irwin, den du meinst. Ja? Ja, Crocodile Dundee ist doch der aus dem Film. Keine Ahnung. So. Ach Gott, ey, ich brauch noch ein bisschen. Aber ich bin ungefähr bei der Hälfte. Äh, hier sind ganz viele Haie. Ach man. Ähm, ja, wie ist denn jetzt der Plan? Also, ich glaub, das ist ja eine Insel, wo wir jetzt drauf sind, ne? Ja, genau. Wir werden uns erstmal so ein paar grundlegende Sachen, ähm, beschaffen. Ja. Und uns dann auf eine Reise machen und uns einen schönen Spot suchen, wo wir uns niederlassen. Und dann würde ich sagen, entscheiden wir mal ganz spontan, was wir da überhaupt so errichten wollen. Oder was wir überhaupt schaffen wollen. Ja. Würde ich so ein bisschen davon abhängig machen, was uns vorliegt. Ja, find ich auch. Wie die Gegend da aussieht. Ähm, da lassen wir uns mal von uns selbst überraschen. Ich, ich hätte ja gern so einen riesengroßen Turm mit so einem, wie so einem Luftschloss, weißt du? Kann man das bauen? Ja, sicher. Aber, äh, ist bestimmt mega schwer, oder? Weißt du, also, dass man den von ganz weit irgendwie sehen kann. Also, übelst hoch und dass man den, äh, okay, so weit kann man ja eh nicht gucken. Mhm. Aber das find ich halt ganz, oder in so einen Berg rein oder sowas auf jeden Fall ein bisschen weiter nach oben. Das find ich ganz dope. So, als neuer Minecraft-Spieler. Wäre das... Klingt doch schon mal gut. Ja. Dass ich dich sicher einrichte. Ja, sowas, sowas ähnliches. Wir haben ja jetzt diesen Berg, der hier so voll hoch geht und dann so da oben drauf irgend so was Cooles gebaut, dass man dann da so rumlaufen kann. Und unten, unten dann so drumherum, schöne Felder oder sowas. Äh, ja, so, ich... Was muss ich machen? Rechtsklick. Ah. Kann ich jetzt irgendwas drücken, dass ich alle Sachen einsammeln kann? Äh, soweit ich weiß nicht. Ich hab schon mal ein bisschen rumprobiert. Ich hab, ähm, es nicht rausfinden können. Wenn ihr, die das gerade zu, äh, seht, wisst, ob das geht, wie das funktioniert, dann schreibst du mal bitte in die Kommentare. Das wäre eine wahnsinnige Arbeitserleichterung. Ja, das stimmt. Weil alles, äh, einzeln anzuklicken... Ja, das nervt ein bisschen. Ja. Aber es geht bestimmt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie nicht geht, aber so diese typisch, typischen Sachen, Schifte oder so, das hat, hat bei mir nicht funktioniert. Warum kann ich denn nicht... Ah, okay, jetzt. Was, was machst du denn da? Ich baue etwas Kohle ab. Das ist, guck mal, schau mal... Woher weißt du denn... Achso, hier steht... Achso, okay. Was? Das erkenne ich einfach. Guck mal, das ist hier so ein Block und, äh, da sind so schwarze Punkte drin. Das kannst du mal abbauen. Da zieht Steinkohle. Äh, das werden wir am Anfang auf jeden Fall... Nicht nur am Anfang, das brauchst du immer in Minecraft. Ja. Damit kannst du einerseits Fackeln herstellen, du kannst aber auch, ähm, deinen Ofen befeuern. Und das ist natürlich überlebenswichtig. Alter, ich kann ja übelst weit, äh, Sachen abbauen. Ja, das hat eine gewisse Reichweite. Und diese grünen Punkte sind Erfahrungspunkte? Diese kleinen Murmeln? Ja, genau. Richtig. Die bling, 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 bling. Ja, bling, bling, gut. La, 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 la. So, dann werden wir uns bald mal auf die Suche nach Schafen machen. Das ist so das nächste Wichtige. Damit wir halt nicht immer die Nacht ausharren müssen. Dass wir einfach mal direkt ins Bett hüpfen können. Und dann haben wir es wieder tagt. Das wäre schon eine ganz praktische Angelegenheit. Ähm, vielleicht habe ich ja Wolle. Weiße Wolle habe ich. Ja, wie viel? Einen. Einen, wir brauchen... Und eine graue Wolle. Ah, das ist auch schon mal gut. Ähm, wir brauchen insgesamt sechs, damit wir zwei Betten herstellen können. Wir brauchen sechs Planken und sechs Wolle. Ähm, wo ist denn hier das Bett? Wo kann ich denn hier Bett? Irgendwo ein Creeper. Du Scheiße. Eigentlich auch ganz einfach erklärt. Du machst drei Planken unten und da drüber drei Blöcke mit Wolle. Ja. Dann hast du ein Bett. Kann man sich halt auch bildlich ganz schön vorstellen mit, ähm, dass unten rum bei dem Bett das Holz ist. Und oben ist es bedeckt mit Wolle. Oh, Schweine. Scheiße. Und eine ganze Menge Schweine. Werfbarer Trank der Schwäche? Ach du Scheiße. Was gibt's denn hier? Hier gibt's schon echt viel crazy stuff. Aber gut, da werde ich dann ein bisschen nach einer Zeit reinwachsen, sag ich mal. Findet man auf jeden Fall rein, klar. Am Anfang erschlägt einen das natürlich alles ein bisschen. Ja, ja, deswegen. Gerade wenn man das normale Minecraft noch nicht gespielt hat. Du bist ja da auch komplett unerfahren. Ja, ich hab ja noch nie. So, das hier ist natürlich nochmal wesentlich komplexer. Aber es macht auch wahnsinnig viel Spaß, muss ich dazu sagen. Und ich find's gerade optisch und von der ganzen Gestaltung her, find ich's einfach wahnsinnig. Ah, hier ist ein Schaf. Geil. Ne, das war... Was war's? Okay. Auch gut, nehm ich auch mit. So. So, ich hab mal hier Kohle abgebaut. Nice. Mach'n Hohen. Wie viel Kohle brauchen wir denn? Können wir unendlich viel tragen eigentlich? Also immer so, bis alle Felder voll sind. Bis alle Felder voll sind. Es gibt auch noch die Möglichkeit, sich hier einen Rucksack zu craften. Damit kenne ich mich persönlich noch nicht so aus. Das hab ich noch nicht ausprobiert. Aber da wirst du wahrscheinlich auch nochmal die Möglichkeit haben, etwas mehr mit dir rumzutragen. Ah, cool. Find ich geil. So, ich hab hier wirklich eine Menge Tiere. Also hier sind Schweine, Hühner, nur Schafe leider noch nicht. Ja, die Schafe hab ich ja gegessen. Ach so. Äh, hier oben ist auch ein Schwein. Wie kommt denn das da hoch? Da ist noch ein Schwein. Ich will da hochgehen. Verdammt, wie komm ich da hoch? Da hinten? Ne. Ich geh jetzt irgendwie da hoch. Ist mir egal. Und wenn ich den ganzen Berg abbauen muss. Äh, aber meine, meine Hacke ist bald kaputt. Dann musst du dir eine neue machen. Gut. Aber da brauch ich Holz für. Aber hier gibt's keine Bäume. Also ich hab hier eine Menge Bäume gerade. Ich bring dir ein bisschen was mit. Äh, wo bist du denn? Das find ich ein bisschen doof, dass man sich nicht sehen kann. Ja, das ist etwas nervig. Man müsste sich so das anzeigen lassen können. Ja. Aber warte, ist egal. Ich geh jetzt erstmal hier die Gegend mal ein bisschen erkunden. Und was ist da so? Hat den Erfolg dreimal auf Holz geklopft erzielt? Du hast einen Erfolg bekommen. Ja. Bist ein erfolgreicher Minecrafter, glaub ich. So, verdammte Scheiße. Ha, ich bin oben. Alter. Ah, hier ist Holz. Was braucht man? Blätter? Braucht man Blätter auch? Nö. Okay. Äh, bei Tomb Raider brauchte man immer Blätter, um Pfeile, äh, glaub ich, zu machen. Ähm, hier brauchst du... Nee, um Arzenei. Genau, Federn brauchte man und Stöcke. Also Holz. Also hier brauchst du Federn, Stöcke und, ähm, wie nennt sich das? So, Feuerstein. Den bekommt man, wenn man Kohle abbaut, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Ah. So. Ah, ich bin hier oben bei den Schweinen. Wobei den Schweinen? Ganz oben, hier sind Huhn und Schweine und noch mehr Hühner. Ah ja. So, klein dich Wänchen. Nein, das Schwein ist runtergefallen. Es ist tot. Ja, nice. Siehst du mich? Irgendwo? So, ich komm jetzt mal zurück, wenn ich hier noch zurückfinde. Ah, hier sind Hühner, die fliegen weg. Ich werde auch schon langsam wieder hungrig. Und ich möchte mein Fleisch nicht einfach so verschwenden, wenn ich es froh esse. Oh, ich bin runtergefallen. Ah, cool, ich bin beim Schwein. Hey, hier läuft so ein Zombie. Da hast du aber Schwein gehabt. Hier läuft so ein Zombie rum. Okay. Äh, wo ist nochmal unsere Basis? Ah, ich hab mich verlaufen. Soll ich den Zombie mal kaputt hitten? Wenn ich jetzt hier runterspringe, sterbe ich? Bestimmt. Ich weiß nicht, wo du gerade bist, weil ich es nicht sehe. Äh, probier mal ein bisschen weiter zu Fuß zu gehen. Aua. Ah, ich hab unsere Basis gefunden. Geil. Ah, der Zombie brennt, der brennt, der brennt. Du, es wird gleich Nacht. Komm mal zurück. Aber hier sind noch Sachen, warte mal. Ich hab noch irgendwas bekommen. Okay, äh, ich komm zurück, ja. Hast du Fackeln dabei? Ähm, ja. Ich will mal kurz noch die Zombies hier kaputt machen. Die brennen nämlich jetzt gerade ab. Hm. Ah, ich brenne. Fuck. Okay, Zombies sind down. Haben die was getroppt? Ja, hier irgend sowas. Ah. Oh Gott, ich dachte, das bist du hier. Ich bin gerade eine Hexe in unser Haus gekommen. Ich stehe hier oben. Alter. Oh Gott, Alter. Wo ist denn nochmal unser Haus? Du musst dir vorstellen, ich stehe gerade so in unserer Unterkunft. Ich bin so am Ofen. Hör jemanden reinkommen. Und dann steht da hier so eine scheiß Hexe. Und ich dachte erst, das bist du. Oh, wie lustig. Also ich bin voll erschrocken, weil du so geschrien hast, ey. Alter. Okay. So. Oh Mann, ey. Hier gibt's erstmal schön was zu snacken. Hast du was zu essen? Ähm, ich hab roher Lachs. Kannst du den jetzt in den Ofen tun? Achso, der ist noch hier. Der ist ja noch hier am... Genau, der ist gerade. Wir können aber noch einen zweiten machen. Das wäre ja kein Problem. Wir brauchen erstmal noch Kohle hier drin. Ähm, achso, und mach mal Kohle rein oben. Achso, ja, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Ich mach uns noch einen zweiten Ofen, dann stehen wir uns hier nicht im Weg. Ja. Ich hab auf jeden Fall, ähm, eine Menge zu snacken. Okay. Zwei Stacks ungefähr. Äh, Kohle, Kohle. Ja, ich hab Kohle. Oh. Brennstoff. Ah, da kann man nachgucken. Also, wo hab ich denn da draufgeklickt gerade? Wo ist meine Kohle hin? Hä, meine Kohle ist weg. Ja. Hä, what the fuck? Warte mal. Wo ist meine Kohle? Da hat grad voll viel Kohle, jetzt ist sie weg. Auf dem Boden vielleicht? Nee, hier liegt nix. Nee, der Ofen brennt. Warte mal, der Ofen brennt. Ah, jetzt ist sie drin. Ah, jetzt gerade eben war sie wieder weg. Jetzt ist sie drin. Ja. Ah, und dann kommt gebratenes Schweinefleisch raus. Okay. Ja, klingt, klingt vernünftig. Klingt vernünftig. Oh. Also nochmal zur Erklärung, du kannst halt quasi jedes Fleisch auch roh essen. Ja. Es gibt dir nicht so viel... Außer Hühnchen. Außer, genau. Außer Hühnchen. Davon wirst du krank. Finde ich ein sehr interessantes und lustiges Gimmick. Ja. Ist nicht verkehrt. Das Spiel hat auf jeden Fall auch Humor, fänd ich. Ja. Ja, was können wir dann mal so ein bisschen machen, um uns hier die Zeit zu vertreiben? Ähm, essen, würde ich sagen. Aber gibt's auch irgendwann größere Öfen, wo man mehrere Sachen machen kann? Ähm, nee. Kann ich verrotetes Fleisch braten? Nee. Aber du kannst ja auch einfach mehrere Öfen aufbauen. Da brauchst du ja keinen großen. Ja. Du kannst dir aber auch natürlich ein System bauen, ähm, das automatisch, immer wenn hier was weggebraten wird, ähm, wieder was Neues auffüllt. Da gibt's natürlich auch noch verschiedene Mechanismen, äh, Mechaniken, Mechanismen. Ähm, dass das halt nochmal ein bisschen effizienter, ein bisschen, dass du nicht alle paar Minuten was selbst nachfüllen musst. So, nachfüllen. Boah, ich hab jetzt Fleisch gemacht. Also Hühnchenkeulen hab ich gemacht. Dann erstmal ein Dekker Abendessen. Wir brauchen einen Tisch zum Abendessen, oder? Pass auf, wir können doch nicht einfach so hier essen. Ähm. Also im Prinzip kann man ja dann einfach hier sich durch dieses Menü hier klicken und verschiedene Sachen angucken. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sehe, äh, eine Uhr. Dann kann ich mir die angucken. Und dann denk ich, boah geil, die Uhr will ich bauen. Und dann brauch ich eine Uhr und einen Stock und Goldbarren und was weiß ich. Und dann kann man sich ja alles dann dahin basteln, was man möchte. Richtig. Amethystschwert, ach du Scheiße. Plus neun Angriffsschaden. Ach, hier gibt's elf Seiten mit Zeug, ey. Ach, du Kacke. Aber Pflanzen kann man Pflanzen machen? Bärenbusch. Nee, das ist... Nee, aber du kannst schauen, was du daraus machen kannst. Herstellung Magenta-Farbstoff. Ah, okay. Das sind jede... Was ist das hier? Das sind, glaub ich, gleich abgeschossen. Verschiedene Lavadinger. Ich mach hier mal zu, weil... Ah, guck mal hier, wir haben einen Besucher. Hallo, Herr Nachbarn. Hallo. Hallo. Möchten Sie sich eine Tasse Zucker leihen? Ich wollte mal vorbeischauen. Ich wollte mich einfach mal vorstellen. Wir haben aber keinen Zucker hier. Hau ab, du Bettler! Hau die kaputt! Nein, ich möchte mit Ihnen nicht über Gott sprechen. Das sieht doch so aus. Du hast einen Pfeil im Kopf. Ja, äh, du auch. Oh, scheiße. Ah, du... Mistige Sau, so. Okay, du siehst irgendwie ein bisschen... Wir haben ja schon mal zwei Knochen. Das wird uns, ähm, sehr nützlich sein, wenn wir anfangen, äh, Sachen anzubauen. Du siehst aus wie ein Köcher, Digga. So, ich hab hier noch ein bisschen Hühnerfleisch. Ja. Und dann hätte ich auch schon alles. Ah, war ich das gerade? Äh, hier ist ein... Ich weiß nicht, ich hab mein Schwert ausgemacht. Ich wollte eigentlich recht geteilt machen. So, pass auf, ich war gerade dabei. Moment, Moment, Moment. Was ist denn bunte Tramete? Ähm. Keine Ahnung. Bratenes Schweinefleisch. Ich muss mal hier ein bisschen sortieren, oder? Weil sortieren ist doch besser, glaube ich. So, mal hier die Klötzchen alles in eine Richtung. Was ist das hier? Tintenbeutel. Kann man den grillen? Nee. Da kannst du, ähm, Sachen mit färben. Färben, ah. Mach eine schwarze, dunkelblaue Färbung irgendwie so. Ah, okay. Äh, Feingefiederschüssel fahren. Fichtensetzling. Also, Setzling, damit kann ich, äh, Fichten, äh, züchten, oder was? Ja, genau. Du kannst es auch als Brennmaterial im Ofen benutzen. Ah, okay, dann behalte ich das. So, wollen wir erstmal ein bisschen was essen? Ähm, ja, ich hab ein paar Pfeile. Kannst du nicht essen. Salz hab ich. Das ist ja jetzt nicht Salz, äh. Äh, Feingefiederschüssel ist fertig. Okay, Moment. Warte, behalte ich mal. Aua. Was ist denn hier? Ach, geil. Ich hab Hunger. Ja, dann essen wir was. Hä? Nein. Hä? Was ist das denn? Was war das denn? Was machst du denn da? Es liegt jetzt, hier liegt was auf dem Tisch. Das ist ein Steak. Ein Schweinesteak. Hä? Was war das denn jetzt? Was, was denn? Hast du die jetzt alle? Keine Ahnung. Hä? Die sind, die sind weg. Ja, ich, ich hab... Wie legst du das denn da hin? Ich hab Rechtsklick gemacht. Ich wollte es aber essen eigentlich. Hä? Was? Du gibst mir die die ganze Zeit. So. Ich hab das jetzt da hingeworfen. Aber hä, wie legst... Jetzt, jetzt hab ich's. Dann hast du die ganzen... Ist ja lustig. Haha. Danke. Also, warte mal. Du hast das in der Leiste und nimmst das in die Hand und machst dann Rechtsklick. Ah, und dann legt er das da hin. Ah. Ja, lustig. Ach ja, diese Mod steckt voller Überraschungen. So. So. Ja, und mit Rechtsklick kannst du's wieder aufheben. Aber gib mir mal mein Schweinefleisch so, das ist ein bisschen umständlich. Hier. Äh. Äh. Achso. Schweinefleisch hattest du? Genau. Äh, äh, äh. Hier, ich geb dir mal einen Lachs und dann kannst du noch ein bisschen Hühnchen haben. Ich weiß nicht, wo... Hast du... Ach, also Schweinefleisch hast du noch, ja? Ja, 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 ja. Wie viel? Das waren ungefähr... Das waren 12, 20 Stück. Warte, lass... Äh, acht hab ich nur. Acht hast du nur? Ja. Ich esse jetzt mal was davon. Äh. Hä? Ah, ja, jetzt hab ich... Das waren... Jetzt ein... What the fuck? Ich war am Essen. Auf einmal schmeißt du das weg. Vielleicht schmeckt's nicht. Kann man das noch... Das war... Hab ich sie alle wieder. Ich bin jetzt wohl genährt. Äh, noch eine Minute. Das sieht aus, als würde ich zu kotzen, Alter. So, jetzt bin ich aber... Jetzt bin ich voll. Oh, lustig. Äh, meine Spitzhack und mein Schwert sind weg. Hast du das? Ähm, weiß nicht. Ich würd mir sowieso mal neue machen. Äh, die Gelegenheit mal nutzen, dass wir hier sind. Mach ich auch eben. Äh, was brauch ich denn nochmal? Zwei Stöcke? Zwei Stöcke. Für eine Spitzhacke brauchst du, ähm, drei Blöcke Pflasterstein. Pflasterstein? Genau. Irgendwas. Es gibt verschiedene Pflastersteinsorten hier in der Mod. Ich kann eine Schaufel machen. Steinschaufel. Ja, zum Beispiel. Aber ich will... Ich will, äh, Dings. Kann man in die Nasse machen. Warte mal. Ich mach das mal grad alleine. Warte mal. Sag mal nicht, wie's geht. Ich kann jetzt einfach hier auf Zurück gehen. Warte. Und dann geh ich jetzt hier auf Holzschwert. Und dann guck ich nach. Also brauch ich, äh... Brett, Brett und Stock. Okay. Gut. Dann kann ich ja zurück. Genau. Dann mach ich einfach... Dann mach ich einfach... Dann mach ich einfach... Dann kannst du natürlich auch, äh, 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 Pflasterstein nehmen. Dann hast du natürlich besseres Material, ne? Also die Crafting-Rezepte bleiben die gleichen. Ja. Aber, äh, diese Sachen wie Holz oder Stein, Eisen kannst du halt austauschen. Ah, Steinschwert kann ich jetzt machen. Cool. Hab ich gemacht. Ja, genau. Ja, perfekt. So, Steinschwert und die Axt geht... Warte. Wo sind denn hier Steinsachen? Steinspitzhacke. So, da brauch ich drei Pflastersteine und zweimal Bambus oder Holz oder sowas. Also das da und das da und dann, äh, Pflastersteine. Pflasterstein, hier. Nice. Okay, gut. Hab ich. Nice. Okay, ich hab's kapiert. Oh, ich wirf mein Zeug einfach weg. Stock. Okay, gut. Ähm, dann lass mich mal kurz die Folge beenden und dann gucken wir mal, ob's mittlerweile wieder Tag geworden ist. Äh. Warum kotzt du mich mit Zeug an? Ach, du baust die Sachen ab. Ja. Wir können ja mal ein bisschen weiterziehen in der nächsten Folge. Ja, okay, gut. Ähm, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Pamarillos. Ähm, schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Denkt an den Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit dem Zudeck wieder. Komm, wir schauen nochmal in sein Gesicht. Ach du Scheiße, du bist ein ziemlicher Hohl. Aber, Hohl. Hey, Pam. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Anzug. Bitte markiere meine Feinde, denn Dana kann zu schnell das Abonnieren. Einen Fenster einblenden. Klickt da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch. Tritt, ich schick den Kommentar. Denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsbrot. Und das heilt 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 und das heilt. Vielen Dank.